Caravaggio, die Bekehrung Pauli Ein Pferdepo streckt sich uns entgegen. Anmutig ist er nicht unbedingt, dieses Pferd sieht einem Ackergaul ähnlicher als einem feinen Schlachtross. Das Licht, welches von rechts oben auf die Szene fällt, erhält neben dem Tier auch den zum Boden gestürzten jungen Mann, der wie ein Käfer Arme und Beine von sich streckt. Die Augen hat er geschlossen. Er scheint von einer inneren Bewegung erfüllt zu sein. Ein weiterer älterer Mann, ein Knecht, ist oben rechts zu sehen. Er kümmert sich um das Zaumzeug und hat nichts von der vorderen Szene mitbekommen. Zu sehen ist das sogenannte Damaskuserlebnis des Saulus. Saulus von Tarsus war der Sohn eines Pharisäers. Er war ein gewaltsamer Verfolger der frühen Christen. Auf seiner Reise nach Damaskus erschien ein Licht am Himmel und er hörte die Worte Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das Licht streckte Saulus nieder. Auf seine Frage, wer zu ihm spreche, offenbarte sich die Stimme als Jesus. Auf dieses Erlebnis hin erblindete er für drei Tage. Danach war er bekehrt und nannte sich von nun an Paulus. Als Paulus wurde er zum Förderer der Christusgemeinde. Seine Briefe werden als Paulusbriefe im Neuen Testament gesammelt. Sie entstammen einer Zeit aus 48 bis 61 n. und sind damit die ältesten erhaltenen Werke des Urchristentums. Die Bekehrung des Pauli von Caravaggio war eines von zwei Wandgemälden, welches im September 1600 für die Familienkapelle des Tiberio Cerasi in Santa Maria del Popolo in Auftrag gegeben wurde. Neben der Kreuzigung Petri, welches sich links vom Altarbild befindet, ist die Bekehrung des Pauli rechts zu sehen. Das Altarbild in der Mitte stammt von Annibale Caracci. Diese Anordnung wurde offenbar von Caravaggio bedacht, da er den Lichteinfall der beiden Werke anpasste. Bis heute, und dies ist eine Seltenheit, befinden sich beide Werke noch in eben dieser Kapelle und damit am originalen Ort ihrer Entstehung. Eine erste Version des Themas, welche vorerst auf Holz ausgeführt wurde, wurde aus unbekannten Gründen abgelehnt. Womöglich war der Widerstand des Dargestellten hier allzu deutlich ausgefallen und gefiel den Auftraggebern nicht. Im späteren Werk ergibt sich der Körper des Paulus dieser Vision, im Gesicht keine Spur von Widerstand. In der ersten Version jedoch hält sich der bärtige Mann beide Hände vor die Augen. Das Thema Blendung gegen den eigenen Willen wird hier sehr stark verdeutlicht. Auch ist diese Szene viel belebter und dynamischer als die späteren. Vielleicht war die reduzierte Szene der Intimität des Momentes angebrachter. Christus, der hier zu sehen ist und von einem Engel begleitet wird, wurde später durch die unbekannte Lichtquelle ersetzt. Hier ist die Anwesenheit Gottes nur noch symbolisch. Auch wurde aus dem alten, bärtigen Saulus ein junger, kräftiger Mann. Die Verkürzung des Körpers in den Bildraum hinein machen zudem Caravaggios Können deutlich. Das Pferd in beiden Szenen ist eine Hinzufügung des Künstlers und wird nicht in der Bibel erwähnt. Caravaggio ist nicht der Erste, der diese Szene durch das Tier belebt. Dies hatte sich schon früh in der Kunst durchgesetzt. Der Sturz in der Bibel wird zum Sturz vom Pferd in der Kunst. Bereits Parmigianino hatte das Damaskuserlebnis auf diese Weise dargestellt. Hier wird viel stärker suggeriert, dass das Pferd sich erhoben hat und den Reiter abgeworfen hatte. Bei Caravaggio spricht einiges dagegen. Hier steht das Pferd ganz still, hebt nur behutsam einen Huf. Auch ist es noch nicht gesattelt. Der erhobene Huf zeigt auch die absolute Ergebenheit und Hilflosigkeit des Paulus am Boden. Dieser ist in einem umgekehrten Dreieck angeordnet. Dies ist einerseits sehr instabil, symbolisiert andererseits aber die Öffnung des Körpers und das Empfangen der göttlichen Botschaft. Die Blindheit in dieser Episode wird auch als geistige Blindheit gedeutet, also die Unfähigkeit, Gott zu erkennen. Auch die Verlegung der Szene in einen intimen Rahmen, vermutlich einen Stall und somit einen Innenraum, ist nahezu singulär. Meist spielt sich die Szene auf der Reise ab, inmitten von vielen Begleitern in der Landschaft, wie in der ersten Version. Saulus ist als Verfolger meist bewaffnet und führt ein Schwert mit sich, welches zu seinem Attribut werden wird. Dies allerdings als Märtyrer-Werkzeug, denn Paulus wird später von Nero hingerichtet. Auch der rote Mantel, auf dem Paulus liegt, ist ein Attribut. Hier ist dieser ausgebreitet und bildet zum Grün der Rüstung einen Komplementärkontrast. Die Waffe hingegen ist neben ihm zu Boden gefallen. Stattdessen führt der Knecht unbewusst den Pferdekopf zur rechten Hand. Zu einem treuen Begleiter für den weiteren Weg.